Ich krieg jetzt noch lauter eine Nachricht von meinem Programm. Was will mein Programm hier? Warum kann ich das nicht in den Vordergrund schieben? Äh, ja, 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 okay. Mein Aufnahmestream-Programm hat ein paar Frames runterfallen lassen. Das wollte er mir nur gerade noch sagen. Schleeech. Ja, da sind einfach, war ich nicht. Vor allem halt im Englischen macht das irgendwie noch Sinn mit Drop, aber im Deutschen dann, wenn der dir dann sagt, hey, da sind Frames runtergefallen. Und jetzt wurden Frames fallen gelassen. Hallo, Alex. Hallo, es kommt wieder. Hallo, es kommt wieder. Sehr schön, jetzt hat man dich dieses Mal im Stream auch richtig. War beim letzten Mal dich, dich hier noch im TS-Stimmen geschaltet und deswegen warst du so leise, weil ich dich hier so gehört hab. Wahrscheinlich haben wir jetzt doppelt und dreifache... Ja, ja, dich hört man leider. Hey. Jetzt aber eine doppelte, dreifache Kopplung wahrscheinlich aus ist Müll. Die Regenung zu bösen. Was spielen wir denn heute schönes? Außer Loll. Doppel-Loll. Ich bin mal so dreist. Alex, was willst du machen? Böhren. Böhren. Ja, ich... Dschungelböhren. Nein. Hm. Ich kann kein Dschungelböhren. Doch, das kannst du, das hast du zu können. Was kannst du eigentlich? Mehr als wie du. Nur kein Deutsch. Ich will töten. Oh, das ist nice. Töten. Töten. Und, Benni, was willst du? Wo ist denn, äh, Max? Kommt der noch? Nee, aber meldet sich mal nicht so ganz bei mir, also spielen wir jetzt einfach mal ganz dezent eine Runde. Senja macht Troll, ich mach Höhen und Benni mach... Was auch immer. Genau, okay. Oh, dann. Äh... Denk dir mal was Neues aus, das wird langsam langweilig. Warte mal. Wollt ich noch was Tänkiges, gell? Ja, aber nee, nicht ewig auf dem Tänkiges. Töten. Ja. Boah, ist ja wie Böhren. Punk. Okay, Ogo, Ogo. Also, Ogo, Ogo. Ogo, Ogo. Gebe mir jetzt eine Botlane, bitte danke. So, gebe mir eine Botlane. Ah, Leute, unterhaltet mich doch mal. Ist doch langweilig sonst. Ich hab am Freitag Kuchen gebacken, nein, ich hab am Donnerster Kuchen gebacken und am Freitag mitgenommen. Ja, ich hab schon gehört. Der war bunt. Der war zwar anders bunt, als er sein sollte, aber er war bunt. Leute. Stimmung. Party. Escho, 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 escho. Ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Warum kommt denn keiner, warum will denn keiner LOL spielen? Was ist denn hier los? Spielen die wieder alle B.O.B. oder was? Wesley, hallo Wesley. Tschüss Wesley. Also, die Mülli guckt zu. Sie hat im Chat geschrieben, wie soll dir sagen, dass sie zuguckt. Ja. Ach Leute, erzähl doch mal was lustiges. Ich hab mir die Hose zerrissen. Das ist lustig, das find ich gut. Erzähl uns mehr darüber. Ja, also, ich war mit ein paar Leuten, auf den Opel Visen, falls euch das was sagt. No. Das ist hier in der Nähe von Agenteil, so ein Camping- und Grillplatz. Können wir eigentlich auch mal hinfahren, das ist voll cool. Mhm. Nein. Und ich war halt so im Wald. Ich war halt so im Wald, oder im Holzen. Was? Ist er doch schon, ich verwirre ihn nicht, was ihn erzählen. Ja, dann bin ich halt in den Wald Holz holen. Das sagt schon alles. Und es war ein wenig rutschig. Und dann bin ich ausgerutscht und hört ein... Ist der komplette Schritt zerrissen. Wo ein Jungle-Tarm-Kendsch. Gibt ein Gang-Tarm-Problem. Garen. Haben wir auch noch, mit Teleport. Okay, dann ist es in Gang. Mitte. Gang-Plant-Mittel, okay. Punkt hier. Also Benni, solange Gang-Plant dich nicht anschießt, hast du die mit Länge gewonnen. Und da er das grundsätzlich tut. Sich anschießen lassen. Dass du so ein Gang-Plant-Sasser schießt. Bin tot. Der Greckensritter, Karin. Ich höre ihn schon irgendwie so nach 10 Minuten. Er ist nur Peng. WAAAH! Halbes Lähnbeck. Mhm. Ja, ich werde meinen Spaß haben. Mit Rune Gang. Oh, guck mal, da ist Gang-Plant. Ich überlege gerade, ob ich das Lied einspielen kann, spontan. Dann muss ich aber aus meinem LOL-Bildschirm raus und ich glaube, dann streamt er nicht mehr richtig. Deswegen. Das wäre aber lustig. Ja, dafür brauch ich mir jetzt so ein Mischpult, wo ich Knüppchen drücke und dann kommen irgendwelche lustigen Sound-Deffekte. Red Rune Gang-Plant. Gank-Plant. Mh. Hm. Es wird ja wieder Spaß, wenn Tam-Kendsch dann ganken kommt und so. Da hab ich ja richtig Bock drauf. Ich hab grad fast gesagt, ist das nicht der normale Gangplank, aber ist er nicht, oder? Nicht mehr. Hä? Er wurde ja... Ja. Und deswegen ist das da jetzt... Was weiß ich, Skin? Also das Remake ist quasi jetzt ein Skin. Nee. Genau. Wir wollten ja auch noch ein Remake. So. Äh, ich kann ja was kaufen. Gangplank, weil es ein Skin, den du gekriegt hast, wenn du während diesem Event mit Gangplank ein Spiel absolviert hast. Genau. Ah, ja. Man merkt, ich hab' wieder voll aufgepasst. Patchen und so werden voll überfordert, äh, über... Ah, kack. Ich hab' nicht was gilt. So, come down, Borsdi, come down. Ich hab' mein Kugelskilled, kacke. Come down, Borsdi. Hihi. Wir warten nicht uns bereit. Bicca, 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 bicca. Ich find' das immer gruselig, wenn Champions im Busch stehen oder so. Warum kannst du das nicht im Busch? Du bist im Nemo. Denn ich kann! Hm. Wenn dem Busch und Garen ist, das ist das ultimative Busch-Battle auf der Top-Lane. Garen gegen Timo. Hab' ich richtig Bock drauf. Ich find' das gruselig, wenn Champions im Busch stehen. Zum Beispiel bei Andy sieht man's gut, sonst siehst du so die Zähne durch dieses Halbdurchsichtige. Das ist gruselig grad' bei Andy. SEIN minha Oh Sven, ja mußte das sein. Ja. Was erwartest du, natürlich mußte das sein? Jetzt wissen die, dass ich war kacke Ich will die Leute nur darauf vorbereiten, dass wir verlieren werden Ja Morana, geht das Magic Shield Ja Um Genuss Da sind die anderen im Busch, ich wusste es Böse ist im Busch Es ist ein Gören Nein Gören ist nicht lustig, ein Garen höchstens Jetzt weiß ich auch, warum der im Busch steht Weil jetzt, wenn der rauskommt, kriegt der von mir eins ins Gesicht geschossen Ich muss mir, glaube ich, ganz früh Magie-Durchtringung kaufen, weil das ist immer so, wenn ich so gerne auf der Top-Lane habe, dann muss ich jetzt erst mal Magie-Resi Verständlicherweise Mhm Dammt Jetzt greif doch an Timo, dein mit Nimm die Einen brauchst du machen, ein Skin-Fill Timo Eigentlich So oft auch gern, wie du den spielst Ja Kannst du mir einen schenken? Ja Du bist der Wettbewerb-Benni-Existenz mit dem Genau Ja Ja, Benni Schick dich Nein Schenkt mir einen Skin Müsste zwar noch sagen, welchen, aber schenkt mir ein Skin Im Moment habe ich kein Geld mehr Ok, ich auch nicht, also sollte ich ruhig sein. Der Gerne hat so Angst vor mir, das ist so niedlich. Gut, dass der Gang klinkt nicht Top-Lane ist, weil der könnte mich einfach wegschießen so zwischendurch. Mhm. Da bin ich mal da her. Aber ich liebe Timo. Ja, mal botla, ne? Oh Mann, boah! Ach ja, ach Garen. Wie sieht's eigentlich aus? Ähm, 22 zu 29, ich brauche mal, der ist ja nicht so viel Farben. Nimm das. Ach, verdammt. Nice. Voll Epic Gang und so. Voll Epic Gang und so. Ich bin gleich schon Level 5. Äh, Level 6 meine ich. Level 5 bin ich schon. Der Top-Lane fehlt, der ist wahrscheinlich in der Base. Dem geht's nämlich nicht so gut. Er war in der Base und hat keinen Teleport mehr. Oh! 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 ich gehe noch mal in die base mit das noch nicht kaufen was ich will glaube ich hohe ich kann mich eigentlich noch gar nix kaufen weiß ich warum ich überhaupt in der base mit ich kann mir eigentlich noch gar nix kaufen. Ich werde die gegend ausspielen aber ich verdient kein leben von Mahne und deswegen.. ja was hast du Garen? ohhohohohoh schwerer Fehler Garen ganz blöder Fehler Geh leet! Geh leet! Geh leet nur! Geh leet! Do something! Alter, was war denn? Nein! Oh, ich stehe schon auf der Lange! Ich stehe auf der Lange! Das war der Base! Und da habe ich die Minion zum Glück gegenseit bei euch und wer ganz sicher neben mir steht! Boah! Da hast du die Penny! Hihihihihihi! Hat jemand... Ich verredete, da hat jemand Bild gefunden! Peng steht am zweiten! Ach, schön! Nein! Die muss zum Kotzen! Ich weiß! Ich mag es, wenn Leute mich hassen! Der kriegt mich immer noch nicht! Alter! Willst du nicht eigentlich verhaßen? Ich glaube, man hat einen Schuss in den Rücken gekriegt! Ne, den abnormalen Schaden den der Panazon drücken! Was sagst du? Das ist Gangplank! Das ist normal! Kann man gar nicht sein! Komm, wir mal ganken! Ohhhh! Nice! Ohhhh! Woll nicht rum! Ich brauch den Kill gerade gegen den! Alter, ich brauch auch Kills! Uhhh! Du kannst auf allen Laves farmen! Die Kivo, die Kills klauen! Ich brauch den Schaden- NOOOOO! AHHHHH! Mensch, warum kann ich nicht? Pass auf! Tempkensch können bis dahin kommen! Ja, da gibt doch ganz schön viel Leben! Gangplank Ulti raus! Ich bin jetzt immer so sinnfrei. Oh, ein Trash. Müll, müll, müll. Genau. Hm, nee, ich glaube, ich gehe auf die Toplane. Na, sie nervt mich gerade. Nice. Oh, ich komme nochmal. Komm, 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 komm. Okay, wie auch immer ich schon noch getroffen habe. Was für ein scheiß Timing. Nein. Was macht ihr denn da unten? Charon hat sich auch noch keine Magie-Resistenz gekauft. Das bin ich irgendwie angenä... äh, angenäben. Müssen wir das... oh ja. Ich würde jetzt alle mal von meiner Lane verpissen, ey. Auch du, müll. Wie die Siebi einfach mal knallhart in Pink-Rot ignoriert. Die Gegner wurden getötet. Er startet die Meldung. Wir sind doppelt hier. Nope. Nope, garan... nope. Oh, bin ich plötzlich useless. Aber weil du nicht viel geholfen hast. Ja, mit wenig Mana kann ich auch sauviel machen. Dann distracte sie den Autohits. Nein! Ach, komm schon! Da hat er mich grad geseil und sie wird bekloppt. Gucken wir an. Keine Ultime und nix. Nope. Das ist eigentlich eine Partie in der Mitte. Was geht denn da ab? Topline fehlt übrigens. Ich komme, glaube ich, mal in die Mitte. Ich komme in die Mitte, um zu helfen. Und es bleibt vielleicht nichts mehr übrig. Du drehst auch vor. Komma, ich komme immer noch. Garen fehlt immer noch. Ich bin jetzt endlich da. Hallo? Was lustig ist, kommt auch los, dass Black Black ein Spiel spielt und die Sinne von mir die fehlt. Ich habe ihn nicht gefeatet. Äh, wo habe ich denn mein Wort? Da habe ich mein Wort. Oh, no Mana. I have to go back. Hm. Das darf in die Barber. Ah, okay. Das, ja, okay. Ich schummel in der Zeit ein bisschen Farbe auf deiner Lane. Und ich muss ein Auge auf die Topline halten. Ja, ohne Scheiß. Ich weiß, ich bin jetzt über 1-7 Gangplank. Und ich habe den Nächsten mal gefiel. Ich bin ja nicht dran schuld. Ja, das sagt man dann so. Wir fixen dauernd. Ja, ja, das geht. So. Vielen Dank. Nein, komm schon. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Müll, Müll, Müll. Ich kann nicht. Secured. Zu früh bis Mike ist aber egal. Teleport. Der kommt runter. Benni, komm hier rein. Komm hier rein, Benni. Scheiße, Arsch. Benni, hau, hau, hau. Geist, Ray. Tam, Kench, komm auch. Lass es zurückgehen. Ja, Gangplank kommt auch. Rote ab. Idioten. Nein, auch, nein, nein, Rückgabe. Beat Borstie. Warum kann ich das jetzt nicht zurückgeben? Hä? Weiß ich nicht. Warum denn? Ich habe meine Schuhe auswahrt in den Zirkulern-Schuhen aufgewertet. Und ich kann keine Rückgabe drücken. Okay. Will ich Magie durchdringen Schuhe? Ich glaube, ja. Ja, mir braucht ihr den Tietan Gangplank nicht unter die Schuhe zu schieben. Ich war... Mach doch auch keiner. Doch, die eben. Ja, das ist schon eine halbe Stunde her. Also, das ist schon eine halbe Stunde her. Ich bin ja nicht mal eine halbe Stunde. Gleich gibt's Schläge. Gleich gibt's Killsteals. Oh, komm, Clinch, komm, Clinch, komm, Clinch. Oh, da kommt noch ein Clinch. Oh, Sau. Das ist nicht wahr. Nee, auf das... Slow in, slow in, slow in, wenn du kannst. Der stirbt. Der stirbt. Der stirbt nicht. Ich ist schon! Oh, ich sterbe dafür. Tobe-Kill! Wenn ich stehe, dann wollen wir das Ballwasser. Das ist bei ihm nicht. Du-du-lu, du-du-du-du-lu. Doch, du bringst! Mann. Äh, 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 äh. Ich komme, Alex, ich komme. Jetzt? F***er, joh! Das kommt, der folgt dir. Schnell! Ich habe keinen Teleporter und Top-Land fehlt. Das wäre auch mal gerade heimlich. Ich habe keinen Teleporter und Top-Land fehlt. Fällt? Oh, ich bleibe auf der Top-Land. Das müsst ihr unten zur Leine machen, sonst pusht er uns hier weiter durch. Bin ja da. Wo kommt man gerade her? Top-Land fehlt immer noch. Ich habe ihn! Ähm. Okay, ich komme dann mal. Garen kommt auch, vorsichtig. Hallo, Gegner. Da ist ein Garen. Ja! Was ist denn? I need more shrooms. I need more damage. Jetzt! Warum bin ich eigentlich der böse Wisch von Garen? Das ist Nummer 1. Das sind 20 Gold. 30 Gold. Ich gehe da hin. Ich habe Teleport. Äh. TP. So rum. Jetzt. Benni Bluboff. Also bin ich jetzt der böse Wisch. Das finde ich cool. Blut. Ich kriege ich keinen absoluten Schaden mehr. Oh, yo. QQ. Ping, ping. Oh, die wollen Drag machen. Dauert noch 30 Sekunden. Das ist so, dass es kammerisch jeden Mitteln zu treffen. Goal! Goal! Ja, ja. Ich habe halt endlich von mir auf die Ferris gelegt. Oh! Oh! Ich habe nichts gemacht, ey! Au! Glückwischer Marsch! Pondey! 308 zu R60. Pff. Äh. 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 Da steht ein Traumcatch in uns dabei übrigens Der fast seine Bummel vergessen hätte Killed ihn! Killed ihn! Hör mal der Arsch! Ich teleportiere mich dann zu Drake Wieder da? Na, Kamera, danke! Danke! Oh, Aaron! Der Teleport, klar Braucht ihr den? Klar Hink ist locker weg Secured Schwitzfuß, meinten, egal Meiner Ja, Morgana, äh Ja, hallo? Die sind alle auf der Botman irgendwo? Und ich habe keinen Teleporter, kann man nicht so schnell hinkommen Jawohl! Mal Zeit, das war ein bisschen pushen hier Mal Zeit, dass ich mir nicht mehr was kaufen kann Oh, ein Gangplank, ich komme Mal Ich muss mal kurz hier Hat er aus dem seine Packing Fässer für eine Rainscharm, ey Wie weit er die setzen kann Ja, das ist schon ein bisschen heftig manchmal Ach, verdammt! Leute, macht mir mal, ich brauche mal 200 Gold noch Ich brauche noch 100 Gold Ich brauche noch 100 Gold Und ein bisschen Ma Das meinte ich! Und Benni gegen Gangplank spielt Die haben wir gar nicht Weißt du, ganz ehrlich? Ich geh mal in die Base, ich warte auch ein bisschen Gold Na Oh, Garen Pong Alter, kann man nicht die Tings von Leuten muten Das muss das... Please, Rito, please! Ja, der ist voll das schön Nee, das spielt Ja, man scheuert Das war jetzt nicht so erschlauert Hallo, Bac, kauf das! Ja, Morgana, die ist auch so schlau, dass jedes Mal rein... TG Gold Ha, ha, ha That fucking here Das hat jetzt nichts mit dem Heel zu tun Das ist doch einfach kacke Das auch, ja Ja, das ist nicht geheelten Wäre nicht gestorben Wäre nicht gestorben, Benni Dafür hat er nur irgendwie zu wenig Ticks aufgebaut Ähm... Hurrikan Hätt ich gerne Ja 255 AP Boah, Morgana, halt deine dumme Fresse Ja 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 Komm, 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 komm Ja Lass mich hier raus Kann mich schon bitte eh mitteilen? 2, 3, 4 Ufff Junge Was sollen wir mehr machen als alle draufkloppen? Ja, wir hatten schon 4K live hat schon nicht Autsch, Autsch, lasst mich raus, lasst mich raus, ich will hier raus, dankeschön Trink dir mal aber nicht viel die 4K live Ja doch Vor allem wenn er das ganze noch als Schild kriegt Schnell Schnell Schnell, sagte Timo und flitzte mit Heimacht aus der Base Schnell, sagte Timo und flitzte mit Heimacht aus der Base Äh, wir sind schwarze Schnell 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 Äh, wir sollten gehen 2 1 1 Da 2 2 und Wei Oh, nehmt ihr das? Oh, nehmt ihr das? Oh fuck Morgana hat schon 8 kills Raven 6 Wieso killst du? Ja, mein ich ja Komm, in mein Krieg geht 2 werden reported von Raven Ja, ich weiß zwar nicht warum Nur weil wir nicht voll können für ihn reinspringen, weil Trey der ADC ist Jaja, ja Wir müssen jedes Mal, wenn der irgendwie nur angehaucht wird von den Gegner mit mir in den Tod stürzen, um sein Leben zu retten Ja, klar Ja Weil wir sind ja auch seine Supporter, ne? Wir sind vor allem seine Tanks und so Ja, bei Primo und Velkos, die übelsten Supporter-Tanks, ne? Mhm Normal Aber dass die Morgana, diese Untergarantie-Premate Ach ne, Wahnsinn, ne, können wir nicht gleichzeit schreiben Ja, dass die Morgana, äh Alter Äh, dass die Morgana an der, ich mein, klar, dass sie verteidigen will, ist eine Sache Aber dabei dann zu sterben, bringt's auch nicht Mhm Hm 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 Auch das jetzt, guck Dass die, da so mega noch reingeht Oh, 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 oh Komm nicht weg, schmuckst ja im Gangsverkehr, Alter Ich versuch die Midland irgendwie ein bisschen zu halten Kommt der Garen hier hin Ich komme jetzt auch wieder Alter, was für ein Motherfucker Der fuckingADAFFF Oh, oh, oh Du kommst nicht weg, Junge Und du auch nicht Nein Was macht denn das denn das? Ja, ich kann den... ...Geh ihm aus und weg Vergiss! Ich krieg' ich! Nice, jetzt Drake! Nein, Drake jetzt! Ich geh kurz Pilz und Pilz Ich würd ja gerne übernehmen, aber irgendwie... Nice Boah, diese Dinge! Nein, ey! Kann ich auch hier! Pings! Da! Habt ihr überall Pings! So ätzend, ey! Das muss nie tun! Nein! 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 Morgana, hilf! Komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Oh, ich gehe! Ich gehe! Ich gehe! Natürlich bin ich tot, heißt das Scheiß-Mordana! Na? Ja! Dann schreibt sie weg! Ja, weißt du? Hey! Das waren zwar nur zwei Stunden! Ja, weil der Tam Kench war hinten, hat sich mit mir beschäftigt! Ich glaube, ich muss die mal helfen! Ich glaube, ich muss die mal helfen! Ich bin eine einzige Hälte! Ja, okay, die Sie will die Hälte wieder nichts aus! Ja, wir könnten auch mal trotzdem Hilfe in der Base gebrauchen, weil die Kloppen und hier gerade alles durch! Im Gegenteil! Ja, er grant sich so etwas gingen! Ah! Rote Bein! Ich mache jetzt mal gute Mähne hier! Kuck! Oh, Alter! Wollt! Ich bin tot! ich bin dabei so, mal ein bisschen aufräumen hier ich muss jetzt mal schnell nach meinem Herakery kaufen uu 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 Morgana, halt's Maul ja, ist ja auch nicht das Problem, das Problem sind die Pings ich mein, ich ping auch zwei, dreimal, wenn es wirklich dringend ist ich schon nehm mal grad einen Beispiel, den drüber aber da steht, du kannst keine Pings mehr reinhauen so ja, ich komme hier boah, ey nice ich kann nicht auf die Eier gehen Benni, geh weg Benni, geh weg Wollt an Bord setzen geh weg geh weg ja, voll voll gehen wir mal den Garen hergucken ich hab so viel äh, ein Tamme ja, und der ist noch nicht was verdrehen, der Garen macht mir viel mehr Sorgen ich hab so viel ich hab so viel Garen von hinten ja, treffen sie sich jaa 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 lauft ich hab ihn geblendet danke Oh, mein Herz, mein armes Herz Ja, stun ihn Morgana, stun ihn! Ich geh die Base treffen Morgana kann die mit uns immer noch nicht stunnen, Benni Nur festhalten Was? Morgana kann nur festhalten, nicht stunnen Morgana, das bringt immer noch nichts Wenn ich vor dem Power stehen Oh, der Damages Break in einer Minute Ich glaub's nicht, wir haben Baron gemacht und ich hab ihn immer noch Nein, ich wollte das andere kaufen Dankeschön In Gang bleiben Der Carries, oh! Ja Ja, wir haben hier ein Wurrt Ich neige dich jetzt Ich schaue dich gut Aaaaaah I'm up Ohren Ich bekomme, wenn... Mensch. Passiv von Vamox gefällt mir. Hat so ein bisschen was vor Naturgewalt. Muss ich mal gucken. Vamox. Jo. So, Gang läuft jetzt. Ähm, übrigens Halep. Einer könnte sich um Drake kümmern, die anderen könnten hier helfen kommen oder so. Ähm, immer noch Halep. Jenny, gehst du? Hoch? Ja. 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 Bin unterwegs. Ich kann den Turm nämlich nicht halten, ne? Oh, mir fällt grad was auf. I don't have shoes. Was fällt dir jetzt als auf, dass du meine Schuhe hast? Ja. Guck mal, ey. Ich will den einmal noch hitzen. Oh, ja. Wuschen. Ich will jetzt erstmal Schuhe kaufen. Ja, und ich darf ja noch ein bisschen. Lass ihm schon wieder den Juri-Tor weg. Ich geh nach oben noch ein bisschen pushen. Mein Problem ist, dass ich wenig Mana, ich geh da besser nicht lang. Oh, haben wir schon 5 Tracks? Nice! Ich hab den 5 gemacht. I like! Benni, lauf! Ich schreck dir einfach auf, weil du von mir weg bist, der rennt ja auch. Spar mal so frei, den zu killen einfach, ne? Ich muss den auf einmal hinten! Ich hab den nicht raus! Was? Ganglänger auch noch, ne? Ja, ja, den kriegen wir ja kalt. Oh shit! Komm, komm, komm! Slime! Oder so! Oder Pils! Nein! Nein! Oh! 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 Danke, Ulti! Aber ich hab mal nicht das gehabt! Benni! Geil! 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 Komm, schau, wir uns noch die eine! Fuck! Oh, ich hab jetzt so gelacht, wenn ich die... ähm... ähm... Leute! Ich hab leider noch 30 Sekunden! Ja, ich hab da noch einen Fuhlbild! Ja, ich hab da noch einen Fuhlbild! Ich hab da noch einen Fuhlbild! Danke! Oh, jetzt hab ich noch 4 Drake-Stapel! Was soll denn das? Wieso werden mir nur noch 4 Drake-Stapel angezeigt? Achso, weil das nur noch 180 Sekunden andauert, okay! Ja! Übrigens Baron in 20 Sekunden! Okay! Ja! Wir gehen noch 2 No-Li-Live-Push! Du! Du! Ich hab die schon gemütet, mir ist auch egal! You, do you want to meet him or lick him? Du! 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 Wir wollen du kills, Alex! Ja! Ja! Wir wollen nicht gewinnen! Gewinnen ist was für Loser! Achso! Stehen wir? Wir verlieren! Boah! Ah! Ah! Scheiße! Danke! Ah! Aua! Mauer muss ganz schön schaden! Ah! Was für den Schaden? Oh, das ist nicht los! Okay! Ich bin schon! Ich bin schon! Oh, Draven! Oh! 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 Jetzt können wir push Morgana Ja, Scherz Ne, ich mach's anders, Rückgabe Ich hab noch 15 Sekunden bis ich lebe, nur zur Info Wir haben nur noch einen halben Nexus-Turm Der ist auch gleich weg 5, 4, 3, 2, 1, ich bin wieder da Vinny, macht euch weg da Toll Da hab ich jetzt immer gar nicht zurückgeportet Ich bin mal zur Freien, hol mir mal grad den Blue-Buff Damit ich mehr Pilze setzen kann 3 Sekunden-Break Ich wollt grad sagen, ja Toll mir der Enemy Blue-Buff Ich geh mal den Shrek verpilzen Und so alles drum rum Und ich jetzt eigentlich Zum Glück hab ich jetzt das Woll Ohoho, gut macht Ich kann bis in den Busch da hinten reinwerfen mit meinem Pilz Richtig nice Wortdurchsicht ist kein Wort, das ist gut Machen wir oder machen wir nicht? Ja klar machen wir Gut Ich versuch die Mittler ein bisschen zu halten Die kommen runter Nice Bin tot, ich bin tot, ich bin nicht tot Schmeiß mal noch einen Bilz da hin Gold Ich verpiesel mich mal kurz Nein Nein Oh, dann geht's Nee, noch besser als dir Oh Nein, 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 lass mich, lass mich, lass mich Ich brauch nur noch 600 Gold Ich brauch nur noch 600 Gold Hallo, ich hab meinen Boost schon angehabt sogar Darf ich bitte? Bitte? Darf ich bitte? Danke Sehr großzügig von dir Meister Was ist die Fakten? Was ist denn hin? Hier Ja, komm 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 Welche Scheiße sind wir hier? Ich kriege Geld Echt? Ey, die spielt 2-13 Kann nicht viel Geld bringen Ah, meine Nase Ich würd eigentlich doch Vollbild haben, verdammt Na lieber Ja Aber ich möchte noch ein paar Boah Ich hätte echt Gedanken noch, ob wir das wirklich gewinnen Hatte ich auch Ja Aber Schön rot Ja Doch, haben wir noch gut hingekriegt Aber ich würde noch sagen, so Morgana kriegt mein Report Ja 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 Jawoll, das ist schon eine neue 3 Hey, voll der Werk Pum 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 komm mal, der TS aber pronto, sag ich, Alex plant irgendwas doch komm hallo Max, Philipp, mach, ich geh nicht mehr auf die Topel weg ist mir egal hat er nicht komm Bro, die haben es geschafft in 7 Minuten beide Türme um Plus Champions, um zu landen deine Power Plus Champions das ist fast wie damals mit Twitch und Timo, ne? das war auch mies können wir machen Bro Lane wieder oh, jetzt macht er den Lust schon wieder du Held, ey du Held, ey ja scheiße, ja nicht doch nein, nicht mehr was machen wir denn für eine äh, Bot Lane? machen wir so eine? oh, da machen wir ach guck ich mach mal so eine Bot Lane ich hab keine Ahnung, ob das klappt aber ich mach einfach mal so eine Bot Lane ähh, 5 hat hier? ne, ja, ja ne, egal ich hab mal ja, ja, ich weiß ich hab grad welche das werde ich nehmen ich hätt' gern so was wie hier für den ey, das ist Band of Command, ne? wo man so ein Kliniergroß machen kann bitte was? stimmmmm warte, ich guck mal grad nein, äh gibt's nicht ne, ja, Boss ich hab, äh, das Kommand von vorne er wird die Macht eines Länders an stark und er wird ihm Immunität gegenüber magischen Schaden es gibt Leben, Unwert, Verleihfrack ja gut es gibt halt, äh, Unity Power und Magical ach ja, das Set hab ich mir ja schon gemacht das find ich ja sehr gut ok, wie sieht's aus, Leute? ach so, ich sei doch nicht soweit das war meine Umgebung zusammen ich wollt grad sagen äh, haben wir nicht ein bisschen viel hier? will Mordekaiser nicht Exhaust oder sowas nehmen? oh, wir kriegen einen Drake! ja ich krieg einen Drake auf die Bot Lane hoffentlich ähm wir werden wahrscheinlich schon klar hallo, ich spiel Vayne, natürlich du weißt, wie ich wen spiele du spielst wie der Mann an Mordekaiser da also, wir müssen das nur machen das wir äh dass jeder sich ne Lane aussucht oder wie wir es mit den Rollen gemacht haben und dann ja zufällige Champion so, das müssen wir unbedingt mal machen wär voll dafür, ja du mit ähm ähm könnt ihr mir, da wir ja keinen Jungler haben am Anfang helfen bei Blue-Buff äh, ne ich hab's gut gebraucht einen, den nämlich bitte hallo hallo, ADC is carry natürlich krieg ich den da, sei ich kommst dann losgelaufen, oder was? wenn ich ganz lieb, bitte, bitte sage so werd ich auch noch büchsen he, auf die Knie, Sklave komm mal mal Ralfs, drück mal ready können wir nicht irgendwie voll das männliche Team nehmen, warte mal ist gut, ist gut, ist gut ist gut, ist gut Benni, kannst du nicht irgendwas männliches in die botlane, äh, mit Lane machen? way gone ja wir sprechen von männlichem Augen äh, das wär fachlich ich dachte eigentlich so richtig, wenn dann hab ich aber Warwick wieder gesehen, dachte mir so weil ich kann Varus nicht, das ist mein Problem ich hab Varus gar nicht einmal gespielt, oder so mit Wager kann ich nicht so gut spielen, ne ich kann auch mit Varus nicht gut spielen, also scheiß drauf Hashtag YOLO Nein Wo bleibt der Hund? Hashtag YOLO JA Nicht der Hund, äh, der hat der Hund Das ist eine Kanzel Das ist eine Kanzel Das ist ein Affe Auch ab, Auch ab Auch ab Was könnte man denn mal geiles, oder was könnte man denn dort doch geiles auf der botlane machen? Auch Ich mein, du stehen kannst, damit's auch funktioniert Ich hab's auch funktioniert jetzt Wir müssen schon so runter wollen, dass auch so funktioniert Okay Nur du kannst nicht hören, der Schwere Ich reit mich So Auch ab, was ist das so? Jetzt habt das, ihr habt's gesagt Alex hat gesagt, ich darf Jetzt habt ihr verloren Jetzt habt ihr verloren Was hier Punkte zurücksetzen Nein, ich bin zurücksetzen Nein, ich bin zurücksetzen Oh, komm Hallo Hallo Du sollst das machen, was du kannst Ja, ich kann doch nicht mal Warwick Warum soll ich denn das machen? Ey, weil's ich kann nicht mehr Egal Ich muss erst noch mal eine Meisterschaft Achso, wo ist Mein Gott Werden eh verlieren Klar Wir tollen eh Wobei, wenn wir richtig hart trollen, könnten wir sogar durch das Trollen gewinnen Ja Manereck Mordekaiser Hat sich bewährt Ja Ein, der, der, der noch neu spielen würde, der würde mit deinem alten Mordekaiserbild Richtig rocken, oder? Äh, ja Aber, schlag's rein Ich schlag's rein Ich schlag's rein Ich schlag's rein Das war doch noch mal Cool Oho 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 aber kein Stiftwunderbüscher ich kann den Wege nicht, aber Endbuss-Wäger warum habt ihr den Shen gesehen? Chirurg Shen namens Dr. Shen Dr. Shen Stringslayer-Vean und General Haribo ich sehe außer den Shen noch nix, ich sehe aber auch den Philipp nicht ich sehe auch ein bisschen schwarz Drachentüter-Vean-Chaos Graben-Tochter-Vean-Chaos hab ich keine Vean genommen noch mal Hex Tunnel-Jäger Kackbohm Du kannst auch drinnen mehr nicht spielen, das kommt auch hinzu also kannst du nicht spielen ich kann ihn nicht und ich kenne ihn auch nicht ob erlaubt ist, das ist wie mit Vay Not-A-Jungle-Vean-Chaos Arribu Ehrlich drinnen mehr ist wie ein Jäger-Vean-Vean-Vean-Vean-Tasten-Klasse ist das eigentlich nicht jeder in LOL ist das eigentlich nicht jeder in LOL? Nee Ich kann mir Geld schicken Ende als Headset, aber es liegt am Headset 符 Man Headset vibriert Nee, das kommt Sie're not, bitter." Nee, nee, ich kriego Nein, nee, ich kriego Time to trigger agre. Zeit, schällst du nicht Nee, ich das ist das gleiche wie ich kann ihn gar nicht spielen weißt du wie lange steht schon ab die sich auch schon ja wir haben ja Techno-Viking Prozent ja auch auf der Jagd Prozent Prozent die Hauptstadt die was eigentlich recht hast du eigentlich recht für den Schrauben und auch ein Moment und ich habe nur das Gefühl mein Geld reichst du nicht mehr doch die Rechnung dann kommt es nicht nur ein Verschluss der Base raus Aber das ist gemein, ich kaufe für, Moment, für 435 Gold den Wälzer. Wenn ich ihn normal wieder verkaufe, kriege ich 304. Schien! Schien, komm her! Ja, das ist so toll, der Jagd-Klo versuchst, kommst du zurück? Holololololo! Hall muss GUID! Da steht ein Wort drin, ich weiß. Das ist voll die Companion Crew auf der Bot Lane. Ich mit Elba und einer mit seinem Drachen. Ich finde sie voll geil. Wo aus diesem Kaiser? Ich Darf mich eben so gefreut hab? Prozent Prozent in der Nähe der Schlüssel mit der nicht scharfen Seite das weißt du ich würde sagen dass sie nicht scharf ist dies gezeigt aber die ist nicht scharf halt mal rum wenn ich gegen Leblanc spielen ein er hat vor allem er war die Chancen er hat ja genau doch auch oder auch das und Verdammt! Oh mein Gott! Ich hab noch zu Tummel gespielt ey Wir sind etwas mit mehr Porcarina und so Allein Egal Wir sind so scheiß Ganker Ich hab Blasted! Ich hab ein Stun Sollen wir gehen? Jetzt hab ich auch mein Coe nicht Okay, dann warten wir noch kurz Ich wohne Ach, da hab ich mein Wort hereingestellt Stimmt Nein! Ich hab einen Minion gespermt, ich Superheld Meins! 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 Das geht das ganze Spiel auf beiden Lanes Meins! Meins! Na komm! Meins! Ah! Ah! Ich sterbe, sterbe, sterbe! Die Lauf-Botlin ist raus! Ah! Geh mich auf die Nüsse, Mann! Weiß ich, wir haben alle voll viel Spaß Und wenn die Dach nur angepisst Wenn die Dach nur angepisst Oh! Oh! Ah! Nicht mit Weyger Oh! Okay! Ich will mir gleich mein Deutsch Ich hab halt doch nischt No! Ja! Und das war's Mitlein ist los Das war jetzt einfach QQ Ja! Ich kann gegen die den Brauber nichts machen Deswegen du farms einfach Einen ab Und Ja! 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 Lass mich nicht farmen Musst du nur mit deinem QF Ja! Das wird relativ Äh, Drake! Übrigens, äh, Drake is up Und hast du mir bei dir den Großen diesmal? Ach ne, Drake lungte ich erst auf Level 6 Oder wie war das wenn ich einen 3-7-Ulti hatte? Schade! Lass mich in Ruhe, Thresh! Ich hab keinen Mana Geiße! Bloß auf, äh, ist, äh, weg AfK Schön wär's, ne? Sind wir da da? Äh, ich hab's, ich hab's, 10 Minions, was geht ab bei mir? So voll gut und so Oh, weil, die, die kommt auf die Lane direkt mal beschreiben, nun auch Dann lass dich nicht treffen von mir! Boah, das ist doch sehr gut Genau das ist unser Problem, ich komm, ich mach mal der nicht weg Okay Los, die Strund! Schmeißte, wenn das Kacau flägt mit nur 1080 Euro Verzögerung Aber das schreckt sie ab Wirklich Was denkst du, wie viele Leute abscheuend von India halt wenn die sehen, dass sie einen Stun hat? Dann gehen die dich nicht mehr an Oho-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ich kann hier nix machen, krack! Ich kann hier nix machen! Schwert, rück, rück! Ich hab nen Stun! Wir können Sachen vermöglichen! Ich bin auf, nein! Tives, lass dich mal hucken! Weißt du, kein Mahler, du brauchst einen Zauber und noch eine Teier haben! Egal! Du musst an den Rest! Hab ich ja eben schon gesehen, wie das ist! Merk das schon! Hab zwei Zauber gemacht! Ja, ne, 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 ne. Ne, 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 ne 2 zettel genau dort durch wieder tot umgekehrt nur geäußt ich gehe mal kurz einkaufen ich könnte schon mal den buch richtig einstellungen beporten hier ist halt einfach ein das wäre nicht vorbeikommen aber ich was wollte ich mir kaufen ich wollte mir ich mit dem deutsch kaufen ich muss mich mit dem deutsch kaufen mann um Prozent weil ich da um da will ich hin wenn wir nicht das verkaufen was bling 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 ja im coming down und dort hat was und schuld ja und die wählen ist weg Ich bin auch weg. Ich bin auch weg. Ich würde jetzt sagen, ich kann mal gang gehen. Achtung, Achtung, Achtung. Ich würde jetzt sagen, ich kann mal gang gehen. Hast du ernsthaft da in den Bord reingestellt? Ja, weil ich's kann. Olaf kommt wieder. He he. Also, ab und an möchte ich mich auch heilen. Gebloß immer noch weg. Ich bin immer fröhlich, ne? Gebloß wieder da. Finde ich gut. Wenn es auch wieder da. Weg dich! Gebloß nicht gleich wieder. Und dann bleib zurück. Scheiße, die sind nicht auf den Pass. Das ist schade, ey. Brauch aber Farben. Kapakt hat man als 25 zusätzlich Schwächkeitenstärke. Gar. Schlecht. Schlecht. Und dann löst du mir nicht Sunfire Cape. Das ist das zuerst. Ich komme, glaube ich, mal in der Mitte ganken, wenn Pfeif das unten halten kann. Kann ich nicht. Dann komme ich nicht ganken. Ich bin wieder tot. Brauchst du nicht zu kommen? Ey. Wir machen einfach gleich, wenn Benni wieder auf die Line kommt, trennen wir einfach mit fünf Mann dahin und ficken die einfach weg. Aber wahrscheinlich macht's... Äh... Ist egal. Wir gehen dahin und ficken die weg. So, und die ist gestunnt. Hier. Friss das, Schlampe. Oh, nice. Na gerne, Frau. Das können wir eigentlich gleich was machen. Ja, warte. Ich schicke 7-1. So. Ich hab'n Stun. Ja, ich hab'n Spiel auch schon 3-0. Äh, 0-3. Sooooh! Zwei schnell! Okay. Zwei Stoch. GG! Botlin läuft! Ich hab' wieder einen Stun. Ich hab' wieder einen Stun. Gott, was? Na, war ja klar. Oh, wie geil! Oh, wie geil! Wayne's Geist, äh, macht auch... Wie heißt das? Eisenbolzen-Stacks. Die Gegner. Und ich bin gleich wieder tot. Ich komme, Mitte! Lass mich! ... ... Ich glaube die weißers각weise,.. ... Wir stecken uns hier! Wir finden sie uns niemals! Das ist dein Wortgelegt, dass es nicht so geil! Ey, stay crap! Nein? Ok. Dann gehen wir. Ich bin mal dafür, dass wir gleich mal Drake machen. Keine Chance, ich kann nichts machen. Ja, wir gehen gleich alle mal in die Midlane und dann... Ich hab'n Stun und das geht. Na Alex! Aber du musst noch ein Bocken auf dieses Game Park. Ich bin nicht am Ragen, wie geh' ich euch mal in die Mitte. Ich bin bloß mein absoluter Hass-Champ, weil ich gegen den... Ich kann gegen die nicht spielen, egal mit wem, ich kann nicht gegen die nicht spielen. Wir warten grad, bis der Ward weg ist. Toll. Hast du's dran? Äh, ich steh' jetzt runter, aber ich steh'n. Drake, Drake? Ich steh' hier oben dran! Ich komm jetzt mal runter, Echt mal, es kommt schon wieder auf der Borderland, der Kackbohr. Ja, ich hab, wo es sich los ist. Ja, ich hab ja gesehen, wie es laufen wäre, wenn es nicht so hart stehen geblieben wäre. Ähm... I'm coming, Olaf von hinten! Das sah jetzt grad gut aus. Weg ist sie. Äh, schon tot? Die obere. Nein, eben nicht die obere. Ah, kill secure! Nice! Alex sollte gehen. Aber wir sollten dies machen. Ja, bald kommst du hoch. Äh, wenn ich hier rauskomme vielleicht. Okay, wir gehen erst auf die Borderland. Engage! Äh, engage? Sie haben uns gesehen, aber engage? Komm, falls du... Du, 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 du... Hat die mein Wort? Ich hab meinen grad gestellt. Ich hab die Haare an Wort. Oh, cool. Hat die mein Smiles? Nö, also ich wohl nicht. Ich lass mich freiwillig hocken zur Not. Was? Was? Und jetzt eine Blank! Oder Wayne! Oder wer noch immer! Kitten! Engage! Mach! Die Binches, die rennen! Egal, mach ich nicht. Da! Hier! Hallo! Welche Endes? Gewicht! Ja, Elko! Wir haben gekillt! Wir haben gekillt! Weh, vor dem Wind! Nochmal! Aua! Weeh herbez! Weeh hei! Geh her! Geh doch mit... Weeh her! Weeh her! Aua! Weeh her! Oh, weeh her! Weeh her! Weeh her! Weeh her! Geh doch mit dem Sch- Die drängen! Ja, ich kann nix machen, wenn ihr eine Kacke spielt. Ja, ja. Einer muss ja... Einer muss ja flamen, denn ich könnte ja nix dabei haben. Eben. Aber wir haben Track. Es hat uns ja nix gebracht, aber wir haben Track. So. Jetzt kommt das Overwatch-Spiel bei. Vielleicht bin ich stark besser. Nein. Das ist ein Shooter. Ich glaube kaum. Pass Pass noch. Ne. Doch. it. Also Shooter... Alter, schick mir dein Fick, Junge. Im coming forter Midline. Wie push ich jetzt einfach die Midline durch? Wäre ich voll da für. Ich hab in... 15 Sekunden wieder Ulti. diese scheiß top wenn ich doch die mitte durch und die machen ihr seid schnarrstab was ist das? kann jemand tanken? ich kann stunnen tauschen tank gegen stun ah! hab sie gestand! die müsst ihr noch gehen! äh und Leute ich brauche nur noch ein bisschen Gold macht mal was und der top-lein Mott, still. Ja, na, boah. Hat er schon wieder seine Ulti. Ah. Ich erwarte einfach mal grad ein paar Gold. Während meine Nase sehr elegant läuft. Blonk, was ist denn los? Warum läufst du weg? Hast du Schiss oder was ist denn eine Buchs? Oh, ich geh mal Bock weg. Oh, Wayne ist ja immer noch da. Und lass mal Wayne gegen Wayne kämpfen. Jaja, für einen praktischen Rückzug, ne? Ja. Ja, glaub ich ganz praktisch. Oh, leg mich raus! Ja. Ja, ich bleib nicht höher bei Benni. Bleib bitte. Ich hatte meinen Stun leider nicht ready. Ja, wer hätte ihn gleich zurückgezogen. Ja, lauf doch, Jungen. Das wird schon verklafen. Hast du mir weiter glauben? Oh, 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 oh. Oh. Tödödöödöö. Ich faame mal ein bisschen hier unten. Ich fahre mal. Ein h�lisches Game. BOOM! Obwohl... Ich hab schon wieder Hunger. was sind das denn ist die Städte die der Armee ist nicht wichtig das ist doch nicht schwer schaden zu machen Aber das ist ein Shen in der Abenteuerung zum Morgen. Oh, ein LeBlanc? Was denn? Ich weiß ja, hallo. Hi. Hallo. 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 Oha. Hm. Pass, ich hab mich nicht von der LeBlanc erschreckt, was? Hallo Shen, hallo? Nein? Schade. Hier ist er, hier ist er. Wuhuuu. Das ist schon so weg. Na! Na! Komm mehr! Das ist einfach mal wirklich egal. Ich hab' ne, ich hab' schon kein Mal mehr mehr. Da kommt ne Blanc. Ich geh' dann mal. Ich hab' nämlich kein Mal nach. Nein. Warum ist er so schnell? Einwege sein im Moment, wo ein Bigger. Klar, gehen und so. Könntest du? Nein. Dr. Shen ist nicht aufzuhalten. Ich hab' dem Auto-Attack wegen dem ganzen Zitträger, oder? Wenn die den jetzt einfach mal killen? Nö. Das wär' zu einfach. Ich bin eh tot. Oh, muss ich wieder aufräumen hinter euch, Jungs? Ich hab' schießt. Ja, ne. Ähm. Hä, b. Wir, nun das. Guck mal dies. Jetzt muss. Und dies. Ich brauche, glaube ich, ein Neues. Was? die mir vielleicht mal irgendwann fahren lassen nuh Drake 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 nuh 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 aber der Anfang sah gut aus ja das soll ja auch nuh nuh anstatt meine Ulti zu Skins gilt die eh klar so muss das als Vorweg die Ulti ist ja auch useless bei Morvec naja Prost saufen nuh 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 Das ist nicht so gut! Da! Oh! Hey, Pia! Aber hey, wir haben die Mitte gut durchgepusht! Ich bin tot! Weiter! Weiter! Help! Oh, ich mach Damage! Jetzt hab ich Uli! GG! Uli! Tiefar Split Pushins! Bush? Aber der Olaf ist gestorben Nein, man! Ihr mad, Bro? growing up Nein, 13 in der Mitte Aber Olaf ist nicht Schienes angerinnt Ohla, jetzt habe ich's! Gilded! Gilded! Ich bin explodiert! Aber heile Blum! Ich kann mir jetzt noch ein bisschen Gold kriegen, ich krieg aber einfach keins! Lass mich bitte zum Hochhallen! Lass mich bitte zum Hochhallen! Ich könnte so helfen gehen, ich könnte es aber auch nur! Mitte fehlt übrigens alles Ich will die einfach schnell und schlafen Mega schnell niss Nice Und dann? Hang? Hier hinter Wieso alles versuchen die Kill zu klauen Ich bin tot Jetzt hol ich mir ran, du hinst Dann hol ich die heiße Sicht Es regnet in der Kluft Wo regnet es? Hier, hier Es regnet Wer wird mich voll? Nein Nein, hier in der Kluft Hier, irgendwo Ja, ich weiß, es regnet es So cool Also ganz ehrlich Ich schnecke gerne wieder die Winter-Edition in der Kluft Was hab ich das früher mal gehabt Oh shit Ich kann Quamp nicht killen, ich hab kein Mana Ich hab kein Leben, ich hab kein Mana Das funktioniert echt gut Hä Wahrscheinlich komm jetzt am Gegner vorbei Nein? Wow Ich hab noch anderthalb Minuten übrigens Und ich muss mir mal hier ein Was schön, dass irgendwie keiner Worts stellt Oder so Worts werden überbewertet Solange mein Damage-Iteams hat Hast du mein Wiernt, ihr was gesehen? Dublin 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 Oh ja Ich hab eins tun Benni, rennt halt irgendwo in mir irgendwo rum Hab ich! Hab ich! Ja, den knallt übrigens! Oh shit Ich hab sie gesterns! Ich hab sie gesterns! Nice Ich hätte das übrigens auch Top-Un... also keine Ulti mehr Ne, die hab ich unterbrochen Achso Das ist fast noch nicer Aber... Aber... Die da Ist ungünstig Greif die Leblanc an! Bitte Oh natürlich Hör! 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 Ich hab' mir da eher hingehen nur für irgendwo Ja... Ich weiß nur was wir jetzt hier machen Das Spiel verlieren! Ja, das ist schön Olaf, bleib mal bitte hier Oh hier Oh hier Benni? Hör! Ich bin da Ach klasse Manni? Drake übrigens! Ja, go for Drake Lass den Shen Shen sein, wir gehen Drake machen Mädels Hör! Jetzt Speedball hat sie vorher geben können Wir sind down von Sky 5 Und General Haribo Ach toll Guck mal Das hinterher läuft Oh wie ist er, wie ist er? Ralf? Ralf? Hey George Hier ist Ralf Ralf ist tot Jetzt PUSH! 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 Lass den Hebrick Komm hier, 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 da Da bitte pushen Ah, da ist ein Shen! Oh, hier ist Stress. Aus Rot! Ganz gut, wie alle sagen, wusch! Keiner ist da. No! Scheiß, hax, das ist auch kein cooles Auto. Immer coolen. Ähm, Vorsicht, da kommt ein Olaf. Ja, ich seh's. Ich schätze sehr interessant, die mein Drache teilweise Sachen macht. Jetzt können wir den Drachen schubsen, oder was? The Bloss overfeeded. Ja, hättest du es mal gelassen. Ja. Deine Mitglieder hättest du das mal... Hättest du das mal... Ich bin schon mit drei Uhr, zwei Urlaub mit sechs, zwei. Und wir haben gerade mal fünf als höchstes. Aber elf kills bei Benni. An. Weil ich kann. Ich möchte sie gerne es dann. Ich hab nur noch kein Fleisch und könnte ich rein. Will mir mal jemand helfen, weil ich mach das noch immer Dauer. Ja. Oh, Schen. Oh, Schen. Oh, Schen. Is da nun Schen? Ich hab ihn gestunnt. Der hat doch nun Evahe. Der hat doch nun Immerhill. Rain kommt da auch. Da oben ist Vandalis, find ich cool. Ich laufe nur wieder völlig sinnlos hinten rum. Alter, der damage auf den Fall war der Beteiligung. Ich weiß nicht, was ich mache. Benni, du musst... Ich lege. 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 Wir spielen 40 zu 16. Wir sind so schlecht. Und 12 von den Kills sind von mir. Du bist so scheiße. Ja, ja, ja. Hey, ich hab nur 8 Kills. Ich bin auf Platz 3. Halep. Was, Sam? Halep. Nicht Philipp. Halep. Ach so. Meins, 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 meins. Töpsel. Ach hab echt. Was? Dien! Waaah ist einen. Waaah. Ah, was schon was. Waaah. Weder zu kurz. Ich bin mit den Monis. Die Moni ist nicht hier. Ich weiß. Du bist die Moni. Ich hab ja nie. Hab's denn? Hm? Ja. Prozent was brauchst du denn den Hexisch gewollt war nur meine Reckmorde Kaiser ich meine hier das ist nicht so schlau das lohnt sich nicht um die vier Highpots und meiner Drang bringen auch nicht mehr also ja könnt ihr mich jetzt allem am Arsch lecken wir werden die Endeffekt die Endeffekt Mädchen Kürtel auch auf die Erkennung nicht auf jeden Mädchen machen wenn ich sie es geht das so kann ich auf jeden Fall auf jeden Fall wie sie das gleiche Kürtel machen Ich bin schon in der Oper. Ich glaube, ich kann schnell was. Ja, das ist eine gute Idee. Oh, Leblanc, Leblanc, Leblanc. Ich komm nicht. Autsch. Aber sie war gestunnt. Sie war unsichtbar, aber sie war gestunnt. Diese übrigens. Diese übrigens. Nicht die andere. Benni, mach was! Dann doch, Mann! Ich hab' nicht ready! Du Pfeife! Eigentlich wäre er tot, wenn der Benni nicht die Axt gefangen hätte. Hätte auch viel K-Live. Benni, du bist so dumm! Ich komm nicht, komm nicht, komm nicht, komm nicht. Ich kann nicht, komm nicht, komm nicht. Das ist dumm, das ist so arsch. Freifachat ist so günstig. Mach ich doch! AHHHHH! GER NET! Jetzt mach ich was! Mensch! Was könnt ihr eigentlich? Ja, nichts. Geht zugucken beim Töten. Maaan, aber muss ich ja... Ich hab jetzt 3 kills, was für ne Scheiße. Ist voll dumm, dass ich... Ich glaub, die Ulti eben an Leblanc war ein bisschen übertrieben, oder? Nee, das ist deine einzige Aufgabe, du. Ja! Du kannst Leblanc dich an das Töten. Ja, aber die hatte nur noch ein Viertel lesen. Nichts egal. Wurscht, Brut. Ich bringe mich allem anderen aus dem Weg. Moment, es geht. Ah! Glaskanone? Das hält halt nicht aus. Ja, und... Ich hab das Gefühl, ich krieg's. Da gehen alle drachen. 20 Sekunden. Ich bin dort! Ich hab mich schon fast gefreut. Könnt man sagen, scheinbar keine Ulti mehr, war? Jo. Das war alles Taktik. Ich bin dort. Ich bin dort. Weggehen. Äh, Philipp, das ist alles schlecht. Egal wo du hinläufst. Das ist alles schlecht. Noch schlechter. Ich bin dort. Ich hab' dir verjagt, ist egal. Wir haben vor allem, wir gehen gar nicht. Schon davor. Schön, der ist. Sooo. Ich bin dafür, wir killen jetzt mal was. bevorzugt eine Leblanc oder eine Vayne ich bin jetzt irgendwie nur trotzdem verstanden BIP! der Pooldance! das ist nicht so geil ich komm her, wie geht's! YO! NEIN! das war der Fallschuh! das klappt echt gut! ja! gg! und! Bini stirbt gleich! das will ich sehen! wo ist Leblanc? NEIN! die ist weg, die hat sich in die Base teleportiert übrigens! Doppel-Explosion! komm zur Straße! happy! kill! 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 kill doch! ich bin tank, ich mache keinen schaden NAAAHHHHH! Gott, 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 Gott! Kacke, was war das? Ich möchte jetzt gerne von allen mal die Bewertung hören. Ich möchte gerne jetzt die Bewertung von allen hören. B! B! B- 5? Ich hab B. WUHU! Bitches! Das ist der Tittenbonus! Aber ich hab welche. Das zählt auch. Die Lache von Alex. Das ist eigentlich grad in Schlagweite. Ich würde jetzt gerne in die Mitte gehen. Ich nehm hier Freaker Random. Geht das? Geht gar nicht. Ja, man kann nicht mehr random werden. Es ist droht. Es ist nur eh fünf Leute ein Game aus dem Teambilder raus und machen das normal. Stimmt eigentlich. Stimmt eigentlich. Stimmt eigentlich. Stimmt. Ähm. Alex, wenn ja. Ja. Einer von euch jemanden bei Steam in der Liste, der Cyankalium heißt. Nicht, dass ich wüsste. Nein. Warum? Weil er mich angefragt hat. Ja und? Mich hat gerade eben auch einer Null angefragt, den ich nicht kenne. Ich hab morgen Kuma Kami THP angefragt. Ähm. Warum sehe ich gerade in meiner Liste einen Freund, eines meiner Freunde namens Touch My Pussy Baby? Gerade mal in dessen Freundesliste der ist. Wie kommt Penny dazu, einen Kwin zu haben? Ein Fall für Galileo Mystery. Ja. Das frag ich mich auch. Ja. Machen wir jetzt die Lanes vorher fest und machen dann random? Ja. Ich würd gern Mitte gehen, ja. Jungle. Top lane. Ja klar. Ach du Scheiße. Oh Gott. Das geht doch rein. Oh Gott. Ich hätte jetzt gesagt, dick und doof geht auf die Lane, aber ich weiß, dass Five nicht so viel, ne, auf den Rippen hat. Ich wollt grad sagen, dick und doof wären dann Philipp und Benni. Ich bin nicht dumm. Ich hab so gedacht, nee, ich bin nicht dick. Ich bin vielleicht ein Noob, aber nicht dumm. Selbst erkennt mich, ist der Weg, aber einfach. Es gibt auch neue Games, also Runden, das Spiel ist gut. Die gibt es. Ja, die gibt es. Da sind die Gegner aber scheiße. Also noch scheißerer als. Noch scheißerer? Ja. Rarararara. Rararararara. Okay, am Bad seh ich grad in den neuen Games. Ich spiele Leute zum Spark. Achtung! Eins! Nein! Zwei, drei! Mit! Oh Gott! Ich meine, nein! Ne, ne? Ne! Einmal zu voll vollbrücken! Ne, Freundchen! Komm schon, gib mir was gutes! Gib mir was gutes! Jo, komm mal hin! Ja, er macht Botlane! Stimmt, er macht Botlane! Dernin und Phives machen Botlane! So, jetzt komm ich, passt auf! Ja, cool! Ich mein, meins geht! Meins geht auch im Joggle, das find ich gut! Alter, wie geil ist! Das wird doch so scheiße! Okay? Okay, ach du Scheiße! Jo, mach mal in der Geist! Ich muss da gerade noch einen Legendary Skin für dich kaufen! Hä? Ich hab mir vorhin von Strasid den Vordenkaiser Guide angeguckt und die Ruhden so eingestellt wie er es hatte und ich komm überhaupt nicht auf die werfen! Wenn du zu viele Rail Points hast, könntest du mir die Mora oder Warwick-Skin kaufen? Den hab ich sogar! Ja, dann gib ich mir! Und wir dann auch Marauder! Die Marauder-Skin sind scheiße! Jetzt? Wisst ihr, was ich jetzt gerne hätte? Aus dem Rennen aus dem Aram, den Skin Boost! Ja! Den würde ich jetzt sofort aktivieren und hoffen, dass ich den Molenkwing drüber mehr krieg! Also entweder würde ich mir die Uhrzeit oder die Schwarzkroft Anivia holen! Blackfrost Anivia! Es ist wenig besser als Uhrzeit Anivia! Wobei, Uhrzeit finde ich auch ganz geil! Ja! Ganz geil gemacht! Blackfrost Anivia! Ja! Das ist wirklich besser! Nein, nein! Ich hole mit den Hex-Cash an die Ria! Der ist gar nicht so uncool, das Spiel finde ich! Lucien! The spicy white guy spielt Lucien! Cat-Pow! Gnar-Pow-Plane! Flut! Thresh-Ruse-Boehring! Ich würde sagen, ja! Ein Boehring! Okay, lass mal gucken! Flut gegen Vorweg! Gnar gegen Ash! Thresh-Ruse gegen Anivia! Oh Gott! Also, das kann ich mir schon gar nicht vorstellen! Wenn Weidi Ulti macht oder Thresh-Ruse gegen Kicken und drunter an die WS Ulti tickt! Plus die Mauer und so, das kann schon! Das gibt doch keinen Lassier! No! No! Das gibt so was von fett Kine! Det Trail! Hailing for the wind! Haccord! Hailing for the wind! Toh fps Ähhhhhhh... Djumgasing! helped. Ja stimmt, die ist ja jetzt anders... ach Kam hier Schats... Oh, komm her... schatz, komm her! Kumpel und Städte Kumpel Machen 2 Euro und er ist mittlerweile geändert wenn du bei Co aktiviert macht auch kein Zusatzdamage mehr bei Kürb bei der Koalitionsfraktionen was geliefert ist in der Berater im Blutdurst mit Blutdruck ist es wird ja nicht immer mehr am besten oder und was sie auch Geld hat was ich vorher geil fand. Du hast mit einem E, was du, wenn du genug getroffen hast, direkt 5 Stacks gehabt. Jetzt geht das nur noch Stück für Stück. Du meinst mit einem W? E. Mit dem Pfeiler, ja doch stimmt, der Pfeiler ist auf W, sorry. Ich hab von mir gestückt noch ein Stück erzählt, dann gibt's gleich wieder Lebra-Witze. Wenn ich das Wayne oder Poppy gezogen hätte, dann hätte ich das immer in die Anivia-Mauer schuppen. Ja, Poppy wäre geil. Ich hab's Blitzeis erstmal geskillt, ne? Ach, äh, doch, Blitzeis hab ich geskillt. Können wir die direkt mal stunnen? Hilft mir eigentlich hier keiner? Ach so. Schnecke! Da ist ne Schnecke! Ich sehe da keine Schnecke. Da ist ne Schnecke! Ich sehe da keine Schnecke. Da ist ne Schnecke! Mentaling! Mentaling! Irgendwie ich nicht! Ey, du musst mal auf meinem Channel gucken, da siehst du die Schnecke! Peniskuchen, Peniskuchen, Peniskuchen! Ohhhh, jetzt geht's los! Ich brauche mehr Angriffstempo. Laufrecht! Geh weg! Laufrecht! Laufrecht, wenn du meinen Fokus aufbauen! Ey, ich brauche noch! Ey, ich brauche noch! Ach du Scheiße, ich hoffe, ich möchte den Wirbel haben! Ah, das war geil! Kleine Kämpfer auf der Toppling zu spielen! Deswegen spiele ich gerne Timo! Uh, Chris! Ich muss mir nur überlegen, was ich hier mal eingehen muss! Mein scheiß Champion nach Formel! ADC und Rüstungsgestrengung! Ja, ja, ja! Öko war was ausfallen! So zeigen wir als letztes! Oder irgendwo zwischendrin! Ja, das wird nervig gegen Klatt! Ja, das stelle ich mir vor! Das kann sehr schätzen sein! Ach, ich kann das Blitz Eis ja auch vorher explodieren lassen! Ja, ja! Okay, ich brauche definitiv Angriffstempo, mehr Grid und mehr Lifestyle! Ach du Scheiße, Philipp! Was macht ihr denn da? Philipp steht da hinter dem Turm mit 100 Leben oder so! Und ich sehe, wie er einen Schritt nach vorne geht und der Flak macht sein komisches Anziehen und Philipp explodiert einfach nur! Ich bin für den Kampf gerüstert! Ich bin für den Kampf gerüstert! Ähm, doch Krump müsste ich schaffen! Ich hoffe, dass ich Krump schaffe! Nein! Nein! Du hast zu früh aktiviert! Wie gesagt, ich kann es nicht schaffen! Na, ich hab Angst! Mit Weih weiß ich, dass ich mit Low Life das verschaffe, aber... Oh Scheiße! Ich kann Tryndi mehr einfach nicht! So einfach! Jaaaa! Einer hat so viel Mana! Einer hat so viel Mana! Einer hat so viel Mana! Jaaa! Eigentlich schon! Ach, ach, ach! Ja jetzt, jetzt muss er laufen, hm? Scheiß Binion, Salda! Ich hab kein Mana mehr! Ich bin tot! Nein! Stimmt! Ich hab mein Ei! Ich lebe noch! Weg mir! Streit mal im Chat, wenn du's Ei bist! Hau ihn doch noch einmal an, Alter! What the fuck! Gibt's Kills? Nein! 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 Boeren! 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 I hate boeren! Was muss ich in den Chat schreiben, wenn ich nochmal in Ei bin?! Einfach irgendwas! Hey! Dann steht er nämlich an. Beide das noch einmal angehe! Sergeant,REIK, Crack. Noch mal ne kurze Taktikfrage... Trinity auf Chondermärm? Ja ... Nein! Nein? Nein. Nein. Uuuuuh. Ich mag doch Trinity. Ja, wie kostet du noch Fähigkeiten? Mein Gebel. Ja toll. Muss ich eigentlich irgendwo hinten kommen? Wenn du kürtest, alle zwei Auto-Attacks oder so. Wie, ist das hier nicht mehr mit Fähigkeitenstärke? Doch. Let's go! So ein Gangbammer, Mann. Ja, ich komme. Älter schon, wenn wir sechs. Gut, ich nicht. Ich komme trotzdem mal. Ich gehe rein. Tschüss. Da ist gewordet. Uuuuuh. Einer holt. Ich nicht. Einer holt. Einer holt. Einer holt. Ja, wuff. Kommt aber gut. Oh, heul. Je, heul. Jetzt gehört Ressort, ne, da sind ... Wenn der Pool nicht wär. Ja. Du kannst bald meine Ulti haben. Ich brauche nur ein halbes Level, die ich meine hab. Ich hab meine... Ja, deines ist mir egal. Gut, dann sind mir deine Gangs auch egal. Bitte, langsam! Das war ein ganz schön beschissener Flash. Ja, man hört, dass du ohne den Ton ankommst war auch nicht so Premium, ne? Natürlich. Jetzt hab ich gern Mana. Lässt mir bitte... Danke. Help! Aber Benni ist allein auf der Botlane. Ich komme mal top. Ich komme auf Botlane. Ich geh mal schnell zurückjagen, so lange er noch nicht groß ist. Kies! Was hat das? Jetzt so groß. Guck mal, Eier! Ja. Okay, ich geh doch wieder zurück. So, was kaufen wir? Schnickel! Da! Ja! Ja, die Schnecke sehe ich. Du bewegt dich ja auch nicht. Hm, gra... Da hat ein, äh... Dingensbaum... Hier... Champion... Alter, dieser Drex! Weißt du? Ne. Champion-Meisterschaft hoch. Oh ja. Ist das da oben? Interessant. Ich kann mal mal Botlane, glaub ich. Ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel, ganz ehrlich. Vorweg ist scheiße. Ja, weil wir nur scheiße spielen, das nervt troll. Ja, wenn wir trollen, haben wir auch fast keine Chance zum Gewinn. Aber was macht Spaß? Nee, hässlich die Grenzen. Macht grad nicht so wirklich Spaß. Na gut, ich muss ja im Prinzip auf nix achten. Toplane, naja, hast du dann halt geschonkt. Nässt? Ja, aber so lange lag der Kleine. Hm. Ich hab mir so Ulti übrigens grad gekriegt. Hab sie immer noch nicht. Ja, so, ne? Haben wir FGW, wa? Oh, what? Ich würd mal sagen, wir gehen mal Drake machen. Äh, ne, ich kann grad nicht. Oh, Mann. Toplane fehlt. Oh, jetzt hab ich kein Mana für die Scheiß, Ulti, Alter. Ich kann mal Toplane. Ich hab ein ganzes Ult. Geh ihm nicht. Nicht scheiße. Bitte fehlt. Fuck. Und noch was du kauf. Oh, die Klassiker. Blutdürste und Dingens und so. KDU. Hackeball. Ja. Jetzt Banny. Ja, ich mach mal hier ein bisschen den Turm. Benni? Ja. Ja. Ich bin mal kurz auf. Ja. Warum bist du jetzt AFK? Mutti. Ja. Ja. Ich hab dafür grad... Ah, den Turm weg. Also, Bot Tower ist fast weg. Bitte sei ich auch weg. Und dann wäre das auch so ziemlich geinige Klee, wenn wir überhaupt mal anfangen können. Nehme ich, ne nehm ich nicht. Ich nehme die da. Oh, kommt der hier! Oh, ich glaube der will meinen Red Buff. Das finde ich aber nicht so nice. Er hat meinen Red Buff, glaube ich schon. Da wird sowieso kein UL. Wladimir kommt Botlane! Ja, who? UL ist zwei, wo ist Botlane? Nice! Wir haben immer noch kein UL. Wir sind Dudes, wir sind jede Menge Dudes. Na, da ist auch so. Okay. Ich wibbel mich hier immer elegant nach draußen. Ja, ja cool, wenn wir jetzt Wave-Tier hätten. Ich habe glaube ich einen Grafikfehler. Ja. Der Edelstein von meinem Meitern sagt mir unten in meiner Leiste, dass ich 430 Stacks habe. Tanks 4? Ja. Ja. Carnage! Ich geh dann mal. Ich geh dann nicht. Ja, so. Ähm. Nice. Womit hast du den noch gekillt? Womit hast du den noch gekillt? Mit einem Haustrauch. Mit einem Haustrauch. Mit einem Haustrauch. Wohl lieber auch. Was wurde denn jetzt getötet? Ähm, ähm, was kaufe ich mir den Damen dümmsten? Empfohlen. Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü lauter nicht auf deutsch ja die können ja ja alle kein Englisch doch ähm können wir jetzt mal vielleicht er wird weg sein ne ihr solltet das kriegen wir angezeigt die Gegner Prozent das ist übrigens gut so gut ich bin tot ich glaube wir sollten gleich mal wieder richtig spielen statt zu trollen wenn ihr so ein Wort wieder hinten oder irgendwer nein dieser schwuchtliche Schwuchtel ist ja immer noch nein ja hallo randa lass mich randa denn die Dinger chickfish barrier hallo 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 ja ich geh doch mal kurz ich könnte höchstens meiten aber das mache ich besser nicht ja du hast ich bin da geht noch ein rau natürlich haben die Gegner es rau rau krits Geh mal weg, du hess nicht euch! Kie! Kiegeber! 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 Wut? 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 Ich komm gar nicht mehr dazu irgendwas im Jungle zu machen! Alter, steht einfach ein Fett auf der Laterne! Ja! Das noch fliegen wie. Du 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 du. Du musst doch weg sein. Nein, der war noch weg. Der ist doch da, der greift mich grad an. Ah, ich komme! Ja, bitte schneller! Ja! Ja! Nope! Nope! Oh, da ist Benni! Schöne Wand! Alles was ich mit Dani wieder machen kann, wende! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Dich nehme ich mit! Verdammt! Gut! Ähm! Ach ja! Oh Gott! Fuck! Also ich würde sagen, wir spielen gleich mal ne ernsthafte Runde nochmal! Aua! 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 Ja! Aua! Auuu! Aua! einfach nur dass der mit dem abholen ist werden wir haben die bereich das kann man dann zeigen auch Prozent so um die Gegner noch mal Prozent ich mache jetzt einfach mal steht immer da rein und gehen wieder raus hatte auch ein Wirbel wo das da das oder oder Prozent 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 acht sieben sechs fünf vier drei ein Pik dich! cuál we lose ist denn es doch 말! Okay wir machen jetzt nochmal eineقة drühende und dann... klappt dann die Runde hier auch. ja. Rappert er hat er er hat er hat er hat er hat er hat er hat 445 gespielt mit Rundleute er hat noch zwei Kits oder so schlussgemacht Rekord wenn ja auch vor die Idee werden im Gälder nachher ich mache jetzt mal wieder so fort auch okay damit das hier klappt nur ich muss nur machen und ich würde spielen um ist es nicht so die Frage haben wir alle Penta-Kills gilt ich hab nur Mordekaiser es spielt ja keiner Joriko Urlaub Scheiße es spielt ja keiner doch Mensch z.B. Pentakill Urlaub ich präsent doch grad nicht so geil es ist Pentakill einfach schon wer macht Brawlain mit mir? keine Brawlain, schade so Scherz bitte geht Botlane mir ist egal Dungle und Botlane ist noch frei gell ja ADC mir ist auch egal Dung 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 dann läuft mir die Nase glatt wieder ja hier auf Komm und du den Support ist, dann kriegt er das auch hin Alex macht besser für Gangster als ich Alex wird sowieso alles besser ja ach nur mein Markt ich bin Töten nee ich hab einen Wunsch ich hab einen Wunsch Ganga Jungle Oh Gott nee Ganga Jungle Möchte einen Ringer Jungle Möchte einen Ringer Jungle ja komm scheiß drauf yay Fives Max 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 Benny 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 na komm was freu ist Svenja 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 was wenn er macht Eddie Prato aus das gefällt dir doch Alex kannst du dich nicht mehr und deine Frau kümmern Buntmeister Gentleman Chuggah ähm ähm Leute du hast auch mit ne ne kompletten den Knicks da der ist der der die 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 als gewinnt in Bonos mit der Wir können ja nicht mal einen von uns reporten, ey. So'n Scheiß. Darum können wir jetzt voll abfeiern. Wupi. Hunger. Oh, hier wolltest du essen. Nö. Madoka. Ihr habt nicht den Minions-Film gesehen? Nein, das war noch nicht. Ja, das ist gut, wir sollen sich los. Werden wir ja wahrscheinlich nie. Ja, plötzlich. Wir haben auch Hasenbüro's noch nicht gesehen. Ernsthaft nicht? Wir sind gleich drei Oktaven höher, Schraub. Unverfiecht! Ach nee, jetzt muss ich halt schon mal hin. Ich muss ja lange mit antworten. Party hard! Du Idioten im Team, lass mich raus! Hier, du dies! Daneben. Weil du heute schon Ringo jungeln kann. Das kannst du. Ringo ist toll, das kannst du. Käfer haben wir jetzt Pula gemäßt. Nein, du spielst jetzt Kitty. Have a break, have a kid get. Übrigens, übrigens, Leute! Skrrrrrrr! Hier, Kapuze! Welche Kapuze! Mütze klatze, Mütze klatze, Mütze klatze. Mütze klatze, Mütze klatze, Mütze klatze. Look at me! Look at me! Look at me! Ja, ja. My heart is amazing! Much ass! Mmh, yes! Mmh! Yes! Philipp! What? Ey, 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 ey! Ne, nicht! Das war sie. Das war sie. Das war sie. Das war sie. Oh, ja, äh. Panzer. Und dann die ganze Zeit weiß. Das war sie. Oh! Ne, ich hab's. Das andere E-No-Spam! Mit dem... Pfff! Alter! Der juckelt in deinem Bein rum! So, wir müssen da ja gar nicht hin. Äh! Blink mit my balls! Alter! Alter! Weißt du? Ich seh die ganze Zeit Darius mit seinen Bellen da rumspielen. Komm auf die... guck auf die Bot-Lane! Sag Hallo zu meinen kleinen Freunden! Oh! Hey! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Party harder! Joey hat ist tot! Hat Outfit gefressen! Just Tony and Justice! Alter! Was geht ab? Was? Ah! Ich hab' die mit deiner scheiß Blutung bekommen! Ja, wenn du das nicht teilen kannst! Was ist das denn? Das ist da jetzt Blubuff! Was ist das denn? Oh, shit! Hat mich jetzt zumindest schon mal in der Bauch, ey! Danke, Benny! Mach' kein'n! Explodiert er mit der Bombe direkt neben mir, wo ich schon ein Problem hab! Wow, Allah! Glas-Kanone zu spielen ist echt gefährlich! Ich möchte gerne auch Level 2 sein! Bitte! Damit ich heilen kann! Please! Rito-Plox! Danke! Boah, der ist synchronisiert! Boah! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Der Flash war unnötig! Ich glaub' ich bin tot! Oder hat die Tristaner sich nicht geflasht? Doch! Ah, nice! Glaub' ich! Ich hab' jedenfalls die Bombe auf mir, es war also unnötig! Ach, jo! Ich hab' auf so Asien und spielt Swain auf der botlenen Forte! Und macht auch noch mega viel damage damit! Ach, ja! Dreckischer Asiel! Dabei hat man 30 Fähigkeiten Stärke! Oh, wenn ich das höre! Fähigkeitsstärke! Nicht Fähigkeitsstärke! Ah, leck mich doch noch mal! Nee, das macht Thorsten! Klappe! Ha! Geiii! Das drin! Ich wollte sagen, Enke, ihr müsst doch mal jetzt mal über die Witze lachen! Ihr seid so still momentan, das stört mich! Echt? Fertisch! Swain! Ein bisschen... Leck mich daran, Sack! König Merge, Merge! Nein! Oh! Zumachen! Warum nicht? BIRMI! Können wir mal einer sagen, warum ich so wenig Mana hab? Können wir mal einer sagen, warum ich so wenig Mana hab? Warum das soviel Schaden macht? Ja... Ja, ja, ja... Also... A lavp! Ja, 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 ja! Ich komm gleich mal ganz mythin, die mitlegen! Jaa, bitte! Bitte! Die botlane freut sich auch Ja Der Gang kann man so aufsetzen Natürlich Betrinkt wir jetzt schon mit bei denen nochmal? Diana, uuuh Hashtag Balanced Was ist die Hülle war das denn? Ich steh vor mir Botlane Gang, please! Was hat das für eine Range? Ich bin tot Ah, ich bin einfach Gott Ich bin tot Wie atmest du so schwer? Wer? Ich? Ja Ich kann sagen, wenn ich mit einem schweren Test atme noch bin Wahrscheinlich ist Ich bin kein fucking Warnab Ich bin kein fucking Warnab Fuck 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 I'm cool Fake 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 Apropos, SS mit SS, wir sind auch Was ist mit Facing? In deinem Arsch Ich denke ich weiß Nein Ja ich kommt ja hier Ja ich kommt ja hier Da ist der hier Da ist der hier Ja Ja bitte Ja Ja bitte Ah Benny geh weg Ich muss in die Welt Ich hab keinen Warnab Geh du auch weg Oh Gott Oh Gott Sorgung Noch einen Ich muss uns halten müssen Einen hätte so gekriegt Haben sollen Tun Dings und was War auch immer So Leute ich hab meine Tränen Ab jetzt gehts bergauf Heißt bei dir ist alles frech? Oh Die Anu ist top Ach jetzt hat die hier den scheiß Golf Den scheiß Golf hat sie gespitet Was? Die hat den Golf gespitet Kennst nicht den Golf Mensch Boah Pfeifst du brauchst mehr Lauf mal ins Beet Ja Klar Wir sind ja da Ich glaub ich hab dem Leben im Glück immer Zeug gekauft Habe ich Angst dass jetzt die Dianer um die Ecke Oh ja so kommt gleich in die Mitte Man sie kommen ja auch hin Ja 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 Tot Wir sterben Hing Question Christana bleibt einfach so in der fucking range Range mit ihm Range Range Ja Tod Ja Genauso gings mir eben auch Näles Problem ist das der Sven die vorher einfach schonimore runter burstet Jey, Toplane! Gut, dann kannst du mal Botlane kommen! Ich würde erstmal Toplane, wenn ich schon da bin Äh, ne? Doch! Oh, Diana! Alter, kann die mal hier weggehen! Schogaz ist auch weg, Schogaz kommt auch hoch! Ich glaube, ob ich so einen töte, den wir hier wenden Botlane fehlt! Ja, Alter, was denn... Hallo, was ist los? Komm, ne? Ich hab noch ein bisschen am Probe! Mach's das shopping? Ja! I said time! Oh Gott, klinge Scheiße, wenn ich das mache! Uh! Ich bin so old! I don't! Die Botlane fehlt immer noch! Oing! Oing! Invis! Die Botlane ist wieder da! Oing! Der hat sich gesehen! Vorsicht! Ja! Botlane ist gelaufen! Keine Chance gegen das Wayne! Mit der Ulti noch dabei gelitten! Ich sag's was ungehend, aber Botlane schafft man ohne Hilfe nicht! Ohne viel Hilfe! Ohne viel Hilfe! Ja! Die Einzige mit Kills! Wer hat Kills? Bis dahin! Na gut dann! Wenn's nur ein AD Carrier ist! Was? Kommst du rum, Talix? Mhm! Talix, mach'n Powers down! Top kill! Top ist in der Mitte! Ich seh's! Achtung! Botlane kommt bitte! Boah! Was jetzt Gangbang macht! Willkommen in unserer Welt! So was kommt auch! Erlaub! Ja, vergiss's! Benni, lauf! Lauf weiter! Oh, Diana! Benni ist tot! Hier, nimm dies! Nice! Spotland fehlt! Vorsicht, Mitte! Und wahrscheinlich gleich über die Mauer gesprungen! Boah! Ja und ja! Ich hab' ne Böse! Guck' ne Achse! Und dann kommt der andere raus! Hm, Vorsicht! Diana kommt Mitte vielleicht! Ne, ich weiß! Hab's gesehen! Wollte ja eigentlich abfangen! War nix! Pfff! Rett' nie! Oh, what?! Ja! Ja! Rogat kommt auch! Boah, Mensch, ich hab' echt Null getroffen! Jetzt kommt die DJ-Mucke! Sag mal, was ist denn jetzt los? Ah, Black! Ähm! Alex, Alex, Alex! Hier, 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 hier! Hier hin! Immer zu mir laufen! Nein! Oh, das gibt's nicht! Hab's! Hab's auch! Nicht! Hab's! Doch nicht! Irgendwie war das komisch! Oh, das ist ganz mein Lebensbalken! Ey, das ist meiner! Weil du den meinst, der von niedrigem runter geht! Ja, deswegen hab' ich mich weggeflasht! Hat der lebt dein Anus? Oh! 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 Hey, ich bin wohl! Oh, stirb! Stirb, 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 stirb! Stirb, stirb, stirb! Ich lass' es lieber! Ja, lieber Kills machen, anstatt nie! Ja, gut, hat auch immer einer Wurscht! Hier, komm her! Ja! Also! Ja, ich bin mega langsam, um es weg zu finden! Stirb! Nein, hat er nicht! Ja, ich erwarte auch nicht, dass wir nach 14 Minuten sind, weil wir alle gleich überhalten! Ja, wir haben uns einmal weggeblästet! Ah, wir haben uns einfach alle weggebürstet! Mit neiner Burster! Gehst du mal... tudo so, ne? Irgendwie Richtung Botlane oder in den Jungle? So oder so, ne? Okay! Kommst du auch weg von meiner Lane, oder wie? Ja richtig. Drappe! Oh, ich hab Red Buff! Drappe! Du läufst mir beim Drappe! Du sollst auf deine Lane und ich der richtige Hütter! Was meinst du, wo ich hin auf den Windbahn? Ich komm da nicht drauf klar! Ich geh auf deine Lane! BAM! Ist er tot! Jaaaa! Ich komm da! Fucker Joll! Und? Und? Nope. Keine Ulti! Nee! 10 Sekunden noch! Ich hab heute! Wow! Speed up! Wurde auch nicht! Wuhu! Oh Leute! Ich mein Stream nicht kaputt! Ich mein wir spielen eh schon scheiße aber... Wie wenigstens kann die sprachliche Qualität erhalten bleiben! Wihihi! Alles ist schon lange vorbei! Ich komm schon voll aus, das ist gut! Nein bitte! Wollen wir mal Gang pushen? Ja! Wuhuuu! Ich bin jetzt für den Gang und Darius! Ah ne jetzt hat er mal auf! Ne! Ne da! Ne da! Ne da! Ne da! Ne da! Ah! Gutes was du da machst Alex! Ich find's doch voll gut wenn wir vielleicht auf die Trissander gehen würden statt auf den Chogas! Du alt! Ah! Ach! Alex Alex! 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 kommst du? Nein! Ist nicht wahr! Ist nicht wahr! Na doch, weil das mega offen ist! Benni? Oh komm, der hat auch gesessen! Ich hab zur Not Ulti! Brauch ich auf einmal Mana! Ja, das wär auch ne Idee! Achtung, weg! Ich möchte die Diana jetzt einfach hauen! Na komm, geh mich an! Damit nicht! Nice! FIREFIESING! Okay! Weil ich offen bin! Ach, ja, am Arsch! Ah, geht's halt, Alter, die Farben! What? Na! Oh, f*** ich! Moment, ich geh mir mal grad noch Schuhe kaufen! Ah, oh Gott, meine Nase! Ah! Alter, was hat das für eine Reign? Rett ich den Idioten noch! Hat sie! Ah! Mann! Ah! Jetzt reicht aber langsam! Ah! Was? Vogelgrippe Svenja? Ich hab's immer noch nicht verstanden! Ich hab's immer noch nicht verstanden! Vogelgrippe! Achso, ja! Hup! Oh, ich wollt den Secure! Oh Mann! My God! Ich denke ich wär'n! Mit zur Schlaffe im Kannadai! Ich bin dumm im Deutschen! Was? Spruch von Renga, es wird dumm im deutschen Welcher Dass ich ne gute Töto verdienen darf 2,5 2,5 2,5 2,5 Und wir laufen ihn voll in die Arme In 3, 2, 1 Ja, ich versuche ja irgendwie hinterher zu kommen Gut, das war einmal meine Ulti für nichts Schick sie halt immer weiter weg Ja Gibt's nicht? Komm nicht ran, Alter Nice Oh, ich sterbe Ich sterbe richtig, dabei trennt mein Auge gerade Das ist irgendwie unangenehm Oh, ist das laut Ich weiß nicht, das Klopapierabreiß ist das Thema Hey, solange ich noch will die hab Den Fleisch hat keiner gesehen Doch, ich hab ihn gesehen Ja, ja klar, den kann ich auch Ich hab ihn gehört Es reicht Wunderschön, wie jetzt jedes Mal mein Bildschirm golden doppelt Darf ich sein Dürfel vergolden Ok, jetzt bin ich fast wieder fit Was? Zu meinen Augen trennen zwar wie blöd von dem Niesen aber Hey Porn noch ein paar Schatz Ich hab mir einen Blubuff Ich geh mal auf die Toppläne zu Fives Ich geh mal auf die Toppläne zu Fives Ich geh nach Hause Das ist eigentlich Trog? Oh, ein Wurt Kierpfl Philipp, komm mal her! Moor kippen? Alter, hier ist Stress! Maracke! Ja, da ist Stress! Da noch drüben? Jetzt gehen wir rein! Ich kann doch einfach sterben! Ich kann doch einfach sterben! Ich bin tot! Wo sind eigentlich alle? Warum? Warum? W-What the fuck?! Tidididididid! Also irgendwie das mit einer richtigen Runde und läuft besser funktioniert nicht so ganz? Ja, irgendwie... Ich bin mal im ADC! 5-2, ich weiß nicht was ich gemacht Oh, 3-6! Ich kann mich auch nicht beschweren! 4-3! War schon mal besser, aber... Ich kann mich nicht beschweren Ich bin ja gegen ein schwules Rain, da wo ich abkomme Ich komme! Ich komme! Ich eile! Bup! Ah, I hit! Now die! Gewählt mir den Turm bitte hier unten machen Ja! Hier, frisst das! Du schufst das Heimsaal! Ich denke, ich war halt es! Warum kriege ich den Tower-Tag? Danke! Uff! HAUHUHUH! HAHHAAA HAHHAAAAA Hehehe Ah, ihr macht mich fertig und ihr trefft mir die Hanna ums Lake oder so Oh, verdammt! Was ist geplant? Was kommt gleich mit random Seren-Fulls geflogen oder so? Lol, Alter, was ist hier so? Ähm, Mitte? Kann da jemand deathen? Ich schau die Dinge zu in der Zeit mal ein bisschen Weil ich eigentlich lieber Fives helfen würde, aber... Oh nein, oder Flo? Der Fives kommt wieder, wenn er stirbt! Der Turm aber nicht! Benni, lauf! Ich eile und flitze! Zur Hilfe! Wenn ich gleich schreie, habe ich Joggers gefunden! Apropos, Snellcrap Fünf Stück noch! Well, from behind! Ich geh in die Base, ich hab kein Mana mehr! Und 2000 Gold! Oh, das Hütchen kostet mal so die Gold! Ich bin nicht so todeslangsam! Ich will bald mal Zeit für den Heimwacht! Was ist das? Was? Oh, was ist das? Oh nein! Oh nein! Nein, nein! Los, Benni! Auf, Benni! Ich hab gar kein Wort mehr! Das ist gar nicht cool! Da ist ein Wort kaputt gegangen 2 Stück brauche ich jetzt noch Wetter, wetter, wetter Wetter, wetter, wetter Wetter, wetter Ich, du machst das nicht Ich brauche das nicht Alle beide Was kann auch du Wo seid ihr eigentlich schon wieder rumgegübelt, ey? Benni, du willst dich jetzt nicht mit den Anlegen gehen, oder? Nein, Benni stirbt jetzt Benni? Ich würde es lassen Ich habe keinen Bock mehr, ich trau jetzt Alter, wir können das Spiel ausnahmsweise mal gewinnen Also, hör auf mit dem Scheiß Warte, nun, Witz Herrgott, nochmal Agro, Boni Ja, ich bin im Moment agro Warum? Warte, was los, was fühlst du denn dabei? Meine Hose ist am Arm Warte Warte mal, wenn es nochmal abzieht Ich dachte, das ist der Ich dachte, das ist der Sinn der Sache Eigentlich der Scheiß Oh, jetzt, ja, ja Ja Nein, der komplette Schritt ist aufgehebsen Oh, Cock, Mist Wenn aber nicht von deinem Mini-Dödel kommen Wie lustig Ich bin so im Arsch, dass du dich bei den Nachraffelsen 8 Euro Ja, dann geht doch mit der Hose auch nicht in den Wald Warte Kein anderer dabei, was solltest du's machen? Nuggish? An der Hosen anziehen? Ja, nein, nein Ja Tristan hat jemisch auf die Nüsse gespricht Wuhu Jetzt hinten ab Toll Verklatschen Ein Help Ja, Toll, du Brot Eeeeee Ich hab Darius hier Ich hab nur, anstatt zu helfen Ja, mach du Ich hab jetzt mein Papst Ja, da ist ja seine Lähen Okay, Guys, ich bin hier Ja Ich mach mal dies Äh, okay Und der kriegt mich natürlich noch Gehst du Pfeife auch dahin? Ja Wir waren alle gleich weit weg Wir sagen Drake Und alle gehen außer Benny Und Benny regt sich auf, dass er stirbt Ich war tatsächlich Wir sind nicht andersrum gelaufen, halt Weil wir sind gleich nach vorne Oh, 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 oh Hier! Er hat doch nicht mehr an, also Was war das? Äh, lassen wir's? Wir lassen's, glaub ich, oder? Das machen wir noch Did laugh Was für ein Trocken? Was für ein Trocken? Ähm, Entschuldigung Was denn? Ich hab mehr AP als Philipp Ja, ich hab noch kein Todesfüchen Moment Wenn ich mal meinen Pfarr bekommen würde No Ich hab noch nicht Ich hab noch nie Ich hab noch nie Hier, nimm das mit Und das In die Tisch Nein, 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 nein Hier, Attack Damage Oh, was? Und jetzt Swag Help me Help me Wo ich noch ein bisschen weiter nachhabe Ich hab kein Wort Oh ich hab ein Wort Sind die eigentlich alle hier oben? Ich hab Damage gemacht Hier ein Noobs Ich hätte kleinigen müssen Ich mach lieber Damage Das stimmt Hallo Dumm Hey ich hab noch Hunger Jetzt hab ich Silence Doch wo ist das? Das macht schon ganz Leck Leck Oh Was? Ich hab grad Stempelchen, da hab so scheiße zu tun Okay, GG What the hell, warum? Ich hab keine Ahnung, die hätten uns noch auseinanderrotzen können Vor allem wenn die einen ein bisschen farm hat Aber locker Okay Nicht mein Problem A minus Ja A Weiter S S S S minus S S Ich muss jetzt mal grad gucken Ja, Alter Grundmensch mit euch Wenn wir die 7 Kills zusammenziehen Magischer Schaden und Champions Philipp 16.300 Ich 15.300 Ja, schwule Support Ja, schwule Support Ich hab jetzt nicht Sack Darius Sack Darius Wir haben gesagt, wir spielen was wir können, damit wir gewinnen Wir haben gewonnen, was wollt ihr mehr? Bitches Jetzt ist mal sch... Na gut, ich spiel mal raus Ciao Ciao Ja Machen wir noch ne Runde oder machen wir nicht? Wer hat Bock? Ja Gut dann, vielen Dank fürs Zuschauen Das war unser Stream für diese Woche Man sieht sich nächsten So